Ja, hab ich gemacht. Ich wollte einen Grünstler haben. Fuck. Ich sammle lieber zuerst ein paar Grünstlerne. Und arbeite mich dann später. So, ne? Auf Geschwindigkeit. Keinen blassen Dunst, ey. Ey, leider auch nicht mehr wirklich. Und bei mir ist ja nicht mal so lange her, als ich es zuletzt gespielt habe. Jetzt habe ich auch noch einen Stempel eingesammelt. Nein! Das speichert immer automatisch. Okay, das wollte ich nur wissen, weil... So speichert der bei mir immer automatisch und bei dir nicht. Und das wäre dann auf Dauer ein bisschen uncool. Wäre ein Megavorteil. Oh, scheiße! Du hast gegen die Chucks verloren, oder? Ja. Ich auch. Echt? Nein! Für wen hältst du mich? Wollo? Hört euch den an. Nein, das würde MOP doch niemals passieren. Mhm, das P steht für Penis. Und Playing. Nee. Dachte ich eigentlich. Und ich dachte, bei Playing, weil du so ein guter Spieler bist, nennst du dich so, habe ich gedacht. Nein, dann würde ich mich ja Kornel nennen. Meinst du? Das klingt aber eher nach Scheiße. Ja, natürlich. Welche Fans? Welche Fans? Die Massen, die ich jeden Tag begeistere. Kennst du die nicht? Shit! Mich mögen die Leute. Nur mal so. Ja, das wollen wir hören. Das wollen wir hören. Ja, ich weiß nicht. Chainlink Charge heißt das Level und das braucht 30 Sterne. Was? Ich weiß ja nicht, was Chainlink Charge ist. Wenn ich das wüsste, könnte ich dir sagen. Okay, wenn man da jetzt dann wirklich 30 Sterne braucht, dann bin ich am Arsch. Leck mich Feuer, Bruder! Ich fluche ziemlich viel. Du fluchst ziemlich viel? Ja, und Flüche sind verflucht. Oh Gott! Alter! Jetzt mal ernsthaft. Wo leben Hamstern? Das stimmt. Ich habe keine Ahnung. Wo leben Hamster? Ich glaube, die gibt es nur im Käfig. Gott, weißt du, wie viele Probleme ich mit der Waschmaschine hatte anfangs? Ich habe keine Waschmaschine. Was ist denn los mit dir? Meine Eltern wohnen nicht weit weg. Wie alt bist du? Das geht dich nicht so an. Da reagieren immer alle voll krass drauf. Wenn die hören, dass ich keine Waschmaschine habe und so... Wow! Keine Waschmaschine? Du gehst zu deinen Eltern so waschen? Das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Nein, Hilfe, Hilfe, ich sterbe! Fuck! Fuck! Nein! Das war so dumm. Gestorben? Ja. Der Toad hat gerade den Grünstern ausgekackt. Der Toad hat einen Grünstern ausgekackt? Welchen Level bist du? Bowser Level. Okay, bin ich gerade mit durch. Oh, dann kann ich jetzt chillen. Außer nur links. Fuck! Und ich renne jedes Mal in die scheiß Gumba-Reihe rein. Die Explosion hat mich erwischt. Das gibt es auch nicht. Das war nicht euer Ernst. Oh Gott. So eine Kackstelle. Willst du aufgeben? Was? Nein. Du hast dich informiert, ob es die Optionen gibt aufzugeben. Ja, für dich. Doch nur für dich. Ich will dich doch nicht leiden sehen. Ich will dich zwar besiegen, aber du sollst doch nicht leiden. Ach, das ist ja Bolo. Nicht, dass du aufhörst mit YouTube und so, weil du halt so fertig gemacht wurdest. Das ist ja auch nicht schön. Ich hatte immer noch ein Video darüber machen, in dem ich dich beleidige. Was tust du? Total ungewohnt, dass der... Ja, was? Dann habe ich so einen kleinen Gegner gerade fertig gemacht. Mario! Oh Gott. Das kann ich nicht. Bin ich auch offen. Ja, ich bin auch im ersten Sprung gestorben. Fuck off! Fuck off! Ich kenne gerade auf, dass es eigentlich bisher noch alles ganz gut läuft für dich. Ich meine... Fuck! Fuck! Oh, ich habe die 80 voll. Oh, das freut mich aber für dich. Danke, danke, danke. Ich bin froh, wenn es dich freut. Schreib mal, ähm, fick dich wohl in die Kommentare. Dann würdest du das gegen Kordel spielen. Gegen Leute, die du wirklich magst. Fuck! Das ist wieder los. Mock hat wieder Angst, dass ich ihn gar nicht mag. Willkommen zurück, Leute, zu One-on-One Super Mario 3D World mit dem guten Emoji und mir. Der Gute ist der... Ah! Der beste, tollste, schönste... Ich bin nicht gestorben. Fuck! Was, tatsächlich, wurde immer sehr viel gepikst und so. Das war der Wahnsinn, ey. Das tat so weh. Immer in den Bauch und ins Bein gekniffen und... Boah! Richtig schmerzhaft. Oh, war ich Probleme mit Bum-Bum! Scheiße! Ich darf mich nicht darauf konzentrieren, dass ich hier spiele. Erzähl mir was. Nein! Ich gehe eigentlich immer zu so einer Pizzeria zum Ausdrucken. Hört euch das an. Hört das euch... Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Er geht zu einer Pizzeria, um sich etwas ausdrucken zu lassen. Das ist herrlich. Ich finde das super. Ja, aber... Das ist halt in der Nähe und da kann man halt ausdrucken. Zu einem fairen Preis. Und wenn man Hunger hat, kann man sich sogar noch eine Pizza mitnehmen. Äh, ne, die ist nicht gut. Okay. Ich bin... Ich sehe gerade übrigens, wie Bowser sich zu einer Katze verwandelt. Fuck! Mhm. Weißt du, was ich gerade sehe? Wie der zweite von den zwei Zwischenbossen down geht. Wie viele Sterne hast du? Ich glaube 156 oder so. Oder? Habe ich echt zu wenig? Was? Es soll dir eine Lehre sein. Ich bitte dich. Mit Unbedacht die Spiele auswählen. Das soll dir eine Lehre sein. Du hast das ausgewählt. Das stimmt nicht. Da! Da würde ich sagen, bis zum nächsten One on One oder wo auch immer. Guckt bei Mock rein. Ganz klar. Ist immer unten verlinkt. Wisst ihr, ihr habt das schon gemerkt. Äh, ja. Tschüss. Ciao. Ciao.